wunderschönen guten morgen liebe freundlicher sonne herzlich willkommen zu einem weiteren let's play fifa 18 ultimate team in praxis wir müssen noch ein letztes spiel gewinnen um gold 1 zu werden ich hoffe dass wir das schaffen dafür haben wir jetzt noch zwei spiele zeit die wir jetzt hier in der aufnahme spielen werden werden uns konzentrieren wir werden jetzt direkt im ersten spiel gewinnen und alles ist gut gegner hat kein bock ok das hat eine probleme das war das nicht so gut das restliche team ist eigentlich sehr gut bis überragend 93 legende auch nicht schlecht der gute henry hätte ich jetzt gar nicht erkannt dass es da henry ist oder wie man ihn glaube ich nennt war franzose ist nein golan stimmt den brauchen wir auch irgendwann aber das scheiße teuer und so weit bin ich glaube ich noch nicht dass ich jetzt schon solche spieler mir kaufen werde erstmal gucken was die nächste was die nächste team of the read mit sich bringt also teuren nicht inform spieler würde ich dann mir vor allem leisten in der woche wo es halt keine interessanten infos gibt schön gemacht punkur crux scherz 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 Weil ich auch gerade sagen, könnte man eigentlich über den Faulen nachdenken. Repairie steht da. Repairie, da ist Kopfbeischmach. Was soll denn das? Och, geiler Schuss. Leider knapp daneben. Geil, einmal um den Spieler rum. Und nochmal den Ball zurückgeschenkt. Ziemliches lackertor, scheiß drauf. Wir müssen halt mit Schmerz und irgendwie den Ball wegbekommen. Nächstes lackertor. Okay, kann ich lackertor. Weiß nicht, warum wir den mit links schlenzen. Ich will den einfach vollspannend ins lange Eck schießen. Deswegen kann er einfach seinen starken Recht nehmen. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich stehe da, ich drücke auf klären. Er macht nichts. Er lässt lieber Henry schießen. Och, es kotzt mich schon wieder an. Bin so froh, wenn die Spiele vorbei sind. Ich will trotzdem noch Gold ein, logischerweise. Bei mir ist es natürlich nicht so, dass der Spieler dann trotzdem schießt. Nee, er schafft es natürlich zu klären. Wenn mich nicht so, wenn du von der Spieler in der Serie bist und in der Serie bist. Manará das tutto. Okay, ich kann ihn nicht so, dass wir dann do Venner am Job сделать. May I sagen, wie ich dir oder ich habite dir? Also kann man als in der Serie sind so, Von mir wert aqui lasst, es gibt ja nach Pfeiffer. Aber damit sch travail esрастet. Again, ich kann mich nur noch nicht zurück meinstattet vergehen. Aber bei mir 서�贈 Place ist es am meisten. Von mir, ich kann es nichts. Also kann nicht, es nur noch nicht nur nochmal rum. example. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......